Pashi is back mit ganz vielen neuen Ideen und einer neuen Struktur, die wir jetzt in den kommenden Wochen bis Weihnachten einfach mal ausprobieren. Und mein Ziel ist es, dich mit Recht und KI zu versöhnen, zusammenzubringen. Und das wird so aussehen, dass ich jeden Montag angefangen habe, ab nächster Woche gibt es immer vormittags einen Anwendungsfall, den ihr euch dann anschauen könnt, überlegen könnt, wie ihr den lösen könnt mit den Promptkenntnissen. Am Dienstag wird er in der Masterclass, Dienstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr, werden wir den natürlich intensiv durchschauen und werde euch ganz genau sagen, wie man den behandelt. Und am Mittwoch, KI-Talk ist jetzt immer Mittwoch kostenlos, 18 bis 19 Uhr natürlich, da werden wir das Ganze diskutieren. Und dann gibt es noch einen Freitag oder Inner Circle, wo wir einfach die besten Ergebnisse präsentieren. Seid einfach mit dabei auf richterschema.com, dort seht ihr auch die ganzen weiteren Daten. Guckt einfach mal rein, KI-Talk, Zoom, die üblichen Themen, aber auch hier seht ihr auf alle Fälle die ersten Schritte. Und dort seht ihr auch das Buch, das entstanden ist, noch vor meinem Urlaub, das demnächst rauskommen wird. Recht und KI, erste Schritte für Einsteiger, Schritt für Schritt gehen wir durch. Und das heißt, es geht los, ja, diese Woche Mittwoch werden wir noch ein bisschen sammeln, noch ein bisschen. Und dann auf alle Fälle, ja, guckt euch mal durch und so weiter und so fort. Bis Weihnachten sind wir da immer so richtig fit im KI. Freue mich auf euch, bis bald.